Komisch. Immer wenn du dich schminkst, gehst du aus oder du hast Gewalt. Sag mal, warum hast du denn so viele Hostien gegessen? Ich wollte, dass ein Wunder passiert. Wieso brauchst du ein Wunder? Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Nein! Ich bin keine Adriana. Und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama. Ich komme aus einer ganz anderen Galaxie. Und wie heißt du? Andrea. Adel denkt, sie ist die Tochter eines Außerirdischen aus dem Weltall. Beunruhigt dich das nicht? Die Fantasien von Kindern beunruhigen mich sicher nicht. Sorgen bereiten mir vielmehr die Fantasien von Erwachsenen. Die denken, sie seien noch Kinder. Wo warst du denn? Hinter dem Schilf? Du weißt, das ist gefährlich. Vor allem für dich und für deine Freundin. Das reicht! Hört auf! Ihr seid schuld, dass Mama die Doggen macht. Komm, ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Sie hat Nein gesagt! Meine Tochter will ein Junge sein. Du bist nicht mal imstande, dieses Mädchen richtig zu erziehen. Du und Papa, habt ihr euch noch lieb? Meine Trägen trennen wir uns. Von wegen trennen. Schlag dir das bloß aus dem Kopf. Was wird denn aus dir? Aber ist jetzt das Ingere oder das Äußere wichtiger? Adri, gibst du mir einen Kuss, Adri? Sag, 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 sag